Da sind wir wieder zu zweit zurück und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Wir haben wieder dieses Wohnhaus und wir haben uns in der Garage niedergelassen. Ich bin immer noch beim Nachkommentieren, diese Folge und auch die nächste, das wird noch der Fall sein und dann sollte es wieder ganz normal, wie gewohnt, im Let's Play weitergehen. So, hier unten war ich noch gar nicht so oft, aber ich versuche einfach mal das Beste daraus zu machen. Hier liegen ja schon ein paar Drohnenhülsen, das ist ja interessant. Gut, dann habe ich jetzt hier noch eine Verstärkung übrig, meine zwei Stacheldrähte, die bin ich schon los geworden. Und hier habe ich das eben noch nicht ganz geschnallt, da war eine Kamera. Und zum Glück hat mich der Teamkollege nicht erwischt und da blieb das Spiel mal wieder kurz stehen. Das ist ja meistens so zu Rundenbeginn und eben auch einmalig. So, da hinten ist jetzt auch zu. Ja, was machen wir jetzt noch? Hocker meint, das Tor noch zumachen, aber ich hätte nichts mehr, jetzt haben wir da auch noch eine Seite offen. Ist ziemlich ungünstig, also da könnten die noch durchstechen, das ist eine Schwachstelle. Drei Stellen des Tores sind da vorhanden, ich habe diese Nitro-Dinger noch dabei. Und da schießt er eben genau durch dieses Loch. Die haben sich diese Lücke, diese Schwachstelle einfach zu Nutzen gemacht. Und da kommen sie jetzt rein, na toll. Na, von uns sind schon zwei weg. Ich schieße einfach mal vorsorglich drauf, falls da immer gerade, falls da gerade jemand seinen Kopf durchstecken möchte. Da kommt ja mal ein Schild durch, der bekommt ordentlich und... ...da hat er mich um die Ecke erwischt, das war wieder der Nitcode. Also die Wand zwischen uns, die ist glaube ich undurchdringlich. Der hat sogar seinen eigenen Schildmann umgenietet und ich habe eben auch auf ihn geschossen und das ging doch eindeutig durch die Wand. Also die Wand, die ist robust genug, aber das ging um die Ecke. Meine ich zumindest. Naja, erste Runde dieser Partie verloren und es gibt ja zum Glück noch drei weitere. Vielleicht kennt ihr Gegner auch diese Ecke hier, diese Karte nochmal besser. Kann ja auch sein. Oder sie spielen auch wirklich zusammen. Wir, wir zwei, Hocker und ich, wir spielen ja im TS. Und ob der Rest sich unterhält, das wage ich mal zu bezweifeln. Denn dann würden, ja, dann würden wir es nämlich hören. Weil dann bekommt das einfach alle mit. Also ich werde mir hier mal die L85A2 schnappen. Das finde ich ja gar keine so schlechte Waffe. Und vielleicht ist die ja auch hier im Spiel nicht so schlecht. Zumindest macht sie bei Battlefield den ganz guten Eindruck. Ja, wir müssen jetzt angreifen. Also müssen wir erstmal herausfinden, wo die sich überhaupt so versteckt halten. Bestenfalls wieder Aufgabenteilung im Keller, im Erdgeschoss und eben dann auch noch im Obergeschoss. Da fährt schon mal einer hoch deswegen. Ja, da geht auch einer runter. Ja, da oben ist Störsender. Man hört es, da ist ein Störsender. Die werden wieder ganz oben hocken. Hier kann man auch noch hoch. Zwei Treppen gibt es hier und da kommen die auch runtergerannt. Jetzt versuche ich mich hier noch zu verstecken. Klappt soweit. Ja, das war klar. Hocker hat es auch nochmal gesagt. Die sind auf jeden Fall oben und wir sehen sie auch da oben rumrennen. Und vielleicht kann ich gleich noch meine Kamera ganz günstig platzieren, wenn die Runde gleich beginnt. Also ein Stück vor, genau. So habe ich mir das auch beim Spielen gedacht. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall hoch oder wir arbeiten uns durch das Treppenhaus hoch. Und wenn die von oben auf uns runter schießen, dann sind wir auf jeden Fall im Nachteil. Tja, jetzt die Frage, von welcher Seite gehen wir ran, ne? Hm, ich versuche es mal von ganz hinten. Hier ist noch ein Vordach. Und das sind ja bloß die kleinen Rollläden. Diese komischen Gitterstäbe. Gitterstäbe. Hier ist glaube ich das Bad, ne? Jo. Ich versuche mich einfach mal von hinten ran zu arbeiten. Unsere vier. Ja, wir haben uns ziemlich gut aufgeteilt. Da ist nämlich schon einer hier. Genau. Das war mein Hintergedanke, dass die eben von hinten überrascht werden können. Und das habe ich einfach auch mal so genommen. Beim letzten Mal, als ich da rein wollte, lag ja Stacheldraht und eben auch noch so Elektrozeug. Also was eben diesen Stacheldraht nochmal elektrifiziert hat. Und da runter fliegen wäre kacke. Da könnte ich jemanden wiederbeleben, aber der liegt direkt vorm Fenster. Kommt aber vielleicht noch rübergerobbt, wie es aussieht. Na, da hatten wir unterschiedliche Gedanken. Ich gehe wieder rüber. Aber komm, aufstehen Mädchen. Okay, wo darf ich auf der anderen Seite? Aber hat eben auch jemanden umgebracht. Ach so, hier in dem linken Raum scheint jemand zu sein. Dann, oh oh, ich bin der Letzte. Ob das gut geht? Die waren auf jeden Fall in dem Raum und dann sind die eben vielleicht auch in dem Raum daneben. Werde ich einfach mal herausfinden. Also hier was hochjagen. Eine Trefferanzeige gab es nicht, aber ich gehe jetzt nicht bei diesem Fenster rein, denn die wissen doch sehr wahrscheinlich von wo was kommen müsste. Deswegen mache ich hier nochmal auf. Ich vermute, dass hier noch welche drin sind. Vielleicht machen die sich auch gerade aus diesem Raum aus dem Staub. Kann auch sein. Na, da läuft jemand auf dem Dach. Na, kommt er nochmal raus. Da bewegt sich auf jeden Fall weiterhin was. Jetzt muss ich nachladen. Und Waffe wechseln ging jetzt auch nicht. So ein Scheiß aber auch. Hat der eine Pistole? Ich glaube, alle haben eine Pistole. Also hier weiß ich noch, dass ich nachgeladen habe. Und letzter Schuss. Einer gegen zwei. Also möglich ist noch alles. Wir haben noch ungefähr, ja genau, 105 Sekunden. Also wenn, dann sollte ich einfach zusehen, dass ich die alle erledige, weil das Ding klar machen, das wird wohl nichts. Und ich wurde wieder gespottet von jemandem, der schon tot ist. Hier habe ich ja welche vermutet. Und rechts neben uns ist wieder was verstärkt. Da war ja schon jemand in dem Raum. Jetzt ist auf jeden Fall Vorsicht angesagt. Das kann hier so schnell enden. Ein Glück habe ich eben noch diese 100 HP. Was hat er gesagt? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Irgendwas Russisches, ja? Da drin vermute ich die vielleicht. Aber links verschieben sie auch. Ah. Genau in diesem Raum standen die, wo die eben noch die Wand verstärkt haben. Ich habe gegen Ende nochmal drauf geschossen. Aber irgendwie hat es nicht mehr gereicht. Und der ballert größtenteils einfach in den Türrahmen rein und trifft mich. Na toll. Naja. Das zweite Mal in dieser Partie jetzt auch verloren. Also müssten wir bestenfalls noch zwei Runden gewinnen. Boah, das wird richtig schwierig. Nun gut. Wieder Ausrüstung klar machen. Werde ich den dann nehmen. Meine Spezialanheit sieht nicht so aus. Ja, beim Verteidigen will ich lieber ganz gerne meinen stationären Schild haben. Und eben zweimal Stacheldraht. Gut. Bei dem Operator hätte ich jetzt noch zwei Verstärkungen für Wände. Hat natürlich auch so seine Vorteile. Aber ich glaube, ja. Ich nehme einfach den und dann steigen wir auch im großen Schlafzimmer ein. Genau das Ding, wo die gerade eben waren. Und da gegenüber in dem Raum haben die gehockt. Und das habe ich mir irgendwie gedacht, ne? Ich versuche hier meinen Schild aufzubauen. Jo. Weil ich glaube, ich habe aus der letzten Runde etwas mir abgeschaut. Vielleicht geht es ja auch schief, weil die Gegner das auch kennen. Naja, wird sich zeigen. Oh. Zu früh losgelassen. Dann eben auf der anderen Seite. Oder habe ich das jetzt links platziert? Hm. Also hier kommt man ja ganz gerne rein, habe ich zumindest versucht. Da ist eine Drohne vor mir. Na, die lasse ich einfach liegen. Jetzt sehe ich das auch mal im Nachhinein. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich im Spiel bemerkt habe, diese Drohne. Aber ich glaube schon, weil ich habe ja nach unten geguckt. Aber ich habe mich, glaube ich, um mein Stacheldraht gekümmert, weil jetzt geht es schon los. Es sind schon 10 Sekunden am Laufen. Ein HP abgezogen. Was war das denn? Was zieht denn bitte einen HP ab? Einen Lebenspunkt? Hm. Jetzt heißt es wieder lauschen. Vielleicht hört man ja schon, von wo die reinkommen. Aha. Da habe ich doch vorsorglich Stacheldraht hingelegt. Und da fliegt eine Granate rein. Und die ginge hoch. Na, da will sich jemand reintrauen. Aber da war schon wieder eine Granate. Ich habe jetzt, glaube ich, keine Trefferanzeige bei ihm bekommen. Aber er hat mich. Mit 52, nee, 51 HP runtergeschossen auf 48. Aber immerhin sind wir in Überzahl. Aber jetzt wollen die nicht mal reinkommen, wie es scheint. Da wieder. Nachladen. Die P90 hat zum Glück ein ganz großes Magazin. Aber man muss es ja nicht drauf ankommen lassen. Aber ich scheine ihn von hier nie zu treffen, ne? Es kam keine Trefferanzeige. Das fand ich schon im Spiel merkwürdig. Deswegen war ich jetzt, glaube ich, etwas unvorsichtig und habe mich nach vorne gewagt, oder? Ich stehe mich auf jeden Fall ziemlich weit vorne hin, wie ich hier sehe. Und das muss nicht unbedingt gut sein. Ja, und hier sehen wir mal, wir müssen auf jeden Fall im Gebäude bleiben. Draußen rumlaufen ist nicht erlaubt. Na, ich bleibe jetzt erstmal hier beim Container, denn immerhin ist es ein Einsatzziel. Na toll. Die Wand, die ich nicht verstärkt bekommen habe. Aber was hat denn der gemacht? Ach, der hat ihn mit dem Hammer. Ich habe gerade gesehen. Jetzt sieht man es auch hier. Der hat in seiner Ausrüstung Hammer dabei. Und mit einem Hammer kann man also auch die Wände komplett einschlagen. Das war mir soweit noch gar nicht bewusst. Ist soweit ganz logisch. Aber ich habe das Ding eben selbst noch nicht im Einsatz gehabt. Ja, und der war dann auch leichte Beute hinter meinem Schild. Schade. Also. Das war auch die dritte Runde, die wir verloren haben, ne? Jupp. Aber die nächste Runde darf dennoch gestartet werden, sehe ich gerade. Ach, das war unser, oder? Jupp, jetzt sehe ich es gerade. Habt ihr mich schon gefragt? Warum dürfen wir jetzt noch eine Runde spielen? Das war unser Typ. Ich habe das jetzt gar nicht geschnallt, weil ich noch hier vom Vorschlaghammer erzählt habe. Wir haben die dritte Runde gewonnen. Das war unser Soldat, der eben durch das Loch geschaut hat. Und der, der sich mit dem Hammer da das Loch gemacht hat, der hat sich hinter meinem Schild versteckt. Okay. Jetzt habe ich es auch gerade nochmal mitbekommen. Man sagt ja immer so, als Zuschauer sieht man vielleicht mehr als der Spieler. Ist aber nicht immer der Fall. Merke ich gerade selbst. So, fünf Sekunden sind es noch und ist ein ziemlich weiter Weg von außen zum Haus, wie es gerade ausschaut. Aber naja, die paar Meter werden es schon nicht ausmachen. Aber man bekommt dann eben, ja da steht das Spiel mal wieder, wie wir es eben kennen. Man bekommt dann erst mit der Zeit mit, wo man am besten Sponsor oder wo man einfach die besten Möglichkeiten als Angreifer und als Verteidiger hat. In dem Fall, mit den Drohnen zu spawnen an dieser Ecke, okay, die sind schon mal unten, ist schon mal nicht so günstig, dass wir ihnen entgegenkommen. Deswegen vermute ich hier, dass der mir einfach nachkommt, nehme ich da. Aha, er sieht mich scheiße. Aber wir haben ja noch ein paar andere Drohnen. Und wir wissen schon mal, dass die im Keller sind. Da, der hat meine Drohne kaputt gemacht und die Drohne steht noch selbst auf der Treppe. Und hoffentlich tritt keiner drauf und bricht sich den Hals. So, wir müssen da runter. Hat irgendjemand was gesetzt? Einen kleinen Ping. Ja, direkt daneben reingehen oder eben von etwas weiter weg. Hier haben die auf jeden Fall verstärkt. Da könnte bloß die Spezialeinheit Termite ran. Also ich nenne ihn einfach immer Termite. Der hat einfach noch zusätzlichen verstärkten Sprengstoff. Der ist hinüber. Na, da würde ich jetzt nicht hingehen, Hawkeye. Da haben sie mich gerade rausgeschossen, ja. Das habe ich ihm, glaube ich, auch schon im Spiel gesagt. Aber es war letztendlich einfach zu spät. Aber man sieht hier ziemlich wenig, ne? Also man nennt hier die Tür. Und ansonsten hat man hier nicht wirklich eine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Wenn der hier direkt rechts neben dem Tor hockt, hat man da keine Möglichkeit, irgendwie ranzukommen. Da muss man dann einfach andere Wege nehmen, wie es scheint. Wir können das Ganze also noch ausgleichen. Tja, ich versuche gerade die Gegner zu überraschen. Wir sind zu dritt, die sind zu fünft. Also sind die auf jeden Fall schon mal im Vorteil. Und da scheint was zu sein, ne? Da ist noch eine Wand dazwischen, das ist unser Teamkollege. Da kommt einer durch. Oh ne, jetzt habe ich unseren umgebracht. Jetzt sehe ich das gerade. Da hat die Waffe etwas so sehr gestreut. Und der hat eben diese eine entscheidende letzte Kugel abbekommen. Und der lebt immer noch. Also ich habe den Typen zwar verletzt, aber eben nicht umgebracht. Und jetzt bin ich alleine. Ich habe meinen eigenen Kameraden umgebracht. Das geht schief. Na ja, na. Aber von wo hat er jetzt geschossen? Durch die Tür? Oh ne, oder? Der hat so ein klitzekleines Loch geschaffen. Genau zur Tür blicken. Das sehe ich doch nicht als Ankommender. Die wissen, dass ich da durch will. Aber für mich ist es einfach schwierig zu erkennen. Naja. Runde verloren, aber es war nicht komplett aussichtslos. Ich würde sagen, wir probieren unser Glück einfach beim nächsten Mal wieder. Und eben, wenn ihr wollt, würde es mich einfach freuen, wenn wir zusammen wieder dabei sind. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschau, tschüss. 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 Vielen Dank.